Oh mein Gott, Hoopagandam Style. Hoop, 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 hoop. So gut, die viel mitmachen. White on a pony. Was hast du denn da für sedische Zuko? Oh geil. Und damit herzlich willkommen bei Leta Company mit Leta. und wir wie gesagt heute andersrum die am körper getauscht ja wir haben es keine richtige sein alles ist weg so schön verpackt es geht also schön sagen hat doch jeder gesehen dazu so cool so cool b 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 das ist mieser Ich bin schon wieder reingegangen wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich drinne. Mieter! Ja! Wo bist du? Ein Paket! Nein! Und ich schon wieder. Hier, eine Taschennappe. Oh, ein Rad! Nein, das war aber nicht im Paket drinne. Jetzt kommt das Paket. Mensch, ich bin glücklich. Noch ein Rad! Noch ein Rad! Yay, Doppelrad! Ich habe die Idee noch erfunden. Doppelrad. Das ist ein Paket am Rad. Jo. Oh, ich habe einen Fire Exit. Ja. Ja. Hier drüben ist nichts. Hier drüben ist nichts. Ja, super. Ich habe einen Kern gefunden. Was hast du gefunden? Ich habe einen Kern gefunden. Und ich höre eine Mine. Doppel. Weiß ich nicht. Ah. Hallo. Ich bin einfach schon mal rüber gelaufen. Ich bin einfach schon mal rüber gelaufen. Oh. Mir ist das tot. Oh. Ich habe einen Key gefunden. Ich bin einfach mal rüber gelaufen. Hier her. Wir müssen da drüben. Ich bin einfach wieder drüben. Wo ist denn hier? Wo ist denn? Da ist gerade zum Dreh Weiß ich nicht Dahinten war gerade zum Dreh Super Da liegt irgendwas Schlüssel Noch ein Key Hab schon zwei Da ist noch eine Tür Und da liegt noch was vor Oh ein Geschenk Oh Wir finden hier nie wieder raus Hä Hm Hm Okay Hier ist nichts Nope Hier ist auch nichts Müsst du einfach Sachen wegbringen Ja Man fragt sich nur Ob wir jetzt da rüberhüppen müssen Ja Denk ich mal Hier drüber kann man auch rüberhüppen Ich hab keine Ahnung wo wir sind Wow Oh toll Wow Aber wir müssen rüberhüppen Wo zum Henker Also irgendwo Komm gut hier lang Müssen wir nicht nur uns gleich hier lang Ich hab eine geschlossene Tür Hier Hier läuft irgendwas Hä Ich hab einen Powerpoint Marker Hier oben ist nichts mehr Und da hinten läuft irgendwas Oh Irgendwas Großes Ja Oh ganz falsch Ja Wie hier lang Nee Ich glaub da wo das Fie war müssen wir lang Ich weiß es nicht Nee Hier sind wir jetzt wieder da Ja Ich glaub wir müssen da lang wo das Fie war Oder wir gehen da kommen Das ist zurück Ach nee Wir kommen ja von hier Ja Hä 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 Von hier Nee Da sind wir rüber gegangen Nee Doch Hä Hä Ist das nicht richtig Nee Da sind wir rüber gegangen Weil hier kannst du nicht lang Du kannst auch nur hier lang Ja Ah Ja Okay Ja 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 Links müssen wir Irgendwie Oh nein Oh nein Du sprichst schon wieder doppelt Wir müssen hier raus Unbedingt Ja Wir müssen laufen Nein Nein Ein Mieser war gerade rechts Was sie wollen Wo muss ich Hier ist der Kern Das ist wahrscheinlich gut Oh Ich hab's raus geschafft Ich hab's raus geschafft Ich hab's raus geschafft Oh bitte jetzt kein hundi 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 Ich möchte das hier so komisch Aber der mutig ist Ernsthaft Ich bin daneben gesprungen Ich bin daneben Nope Der lebt nicht mehr Ha Ich hab noch ein Geschenk in der Tasche Ja, zu wenigstens noch rüber geschafft Ohne verletzt zu werden Herr Jesus Was? Ja Schade Ja Kann man nun mal nix dran machen Ich hab noch ein Geschenk Oh Darf ich das mitnehmen Was schenkst du mir denn? Oh Das hab ich mir schon immer gewünscht Ja Fein Was hätten wir jetzt gemacht wenn die Spinne rausgekommen wäre Das hätte ich mir schon immer gewünscht Das hab ich mir immer gewünscht Ne Spinnepaket Oh, Gottesnamen War das so kacke Ach so, Ranze Ja Wir schaffen das Wir schaffen das 74 haben wir schon mal Hahaha Oh, Backe Ach nö Ich mag diesen Planeten nicht Hier gibt's Hungis und Spinn Eigentlich mag ich Hungis Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das geht noch Was ist das? hallo ist überhaupt jemand daher gekommen hallo echo hallo wieso weiß wieder nicht wo es dann geht ich auch nicht zwei orientierungslose miesa wiesa 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 hat sich verlaufen wiesa komm zu uns wiesa 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 Ich bin ein paar Bucke. Ich bin ein paar Bucke. Ich bin ein paar Bucke. Mehtal! Okay. Du hast eine Flashback, ne? Ja. Scheiße, man. Hab ich jetzt erschrocken. Oh, geil. Was hast du gemacht? Ich hab gut gefunden. Bist du denn? Hier. Da ist noch mehr, du. Wo denn? Hier ist noch ein Schild. Ja, klar. Ja. Gut denn. Da. Da ist noch irgendwas. Ja, ich kann es auch. Ah, eine Flasche. Flashback. Die Schild-Tinies sind unterwegs. Jo, ich komm mir denn jetzt her. Ja. Hey. Oh, warum Schild an Toren? Ja, weil das das ist, was wir grad eben gesehen haben. Ach so. Hä? Ja. Ach so. Ach so. Die bekommen ja von hier oben. Ja. Ah. Ich hab mich aufflüchtetisch erschrocken. Ich hab gedacht, was haben wir hier jetzt gefunden? Hi. Hi. Ach. Also rechte Seite ist es noch ein Tourette-Syndrom. Also. Nicht hingehen. Okay. Great, great passion. Wo bist du denn? Brauchst du schon? Ähm. Das Gute ist oder so, ich war hier. Ja. Da oben ist noch ne Tür, aber es ist überall dunkel. Irgendwo ist hier ein Key. Da. Ja, der packte. Hier ist nichts drin. Wo? Gänseln mit den Gänseln. Jetzt sind wir hier durch. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch kein Geld messer. Hier ist noch immer. Ah! Oh fuck. Ah! Du bist doch runtergefallen. Ich hab's leider nicht gesehen. Schade. toll das ist das ist nicht so viel naja gut das schöne schild ist mit runtergefallen aber ich wusste wirklich nicht dass da irgendwas noch ist ich bin da noch nicht hochgewandt das hätte ich euch ja gewarnt naja so alles klar weg hier feiertür haben wir sowieso nicht mehr 290 siehst du gut haben wir auch erfüllt und das ist das wichtigste werden sowieso im ende des spiels wieder aufgesucht ich habe so ein bisschen am gländer fest ein schönes schild aber ich habe ja noch ein ganz gerne haben denn wir haben doch gar keine hippies gesehen ich möchte mit der hippies haben ich möchte meine hippies wieder haben auch mein gut ich bin zufrieden weit weit passion ach du kacke was ist hier los was ist hier los er muss ja dann muss hier gleich irgendwo oder so was sein dass wir nicht drehen können das ist ja so kommt das von hier ja ich nehme es mal muss ich wenn ich was sehen könnte kann hier ich sehe nichts aber auch gar nichts super ich kann doch noch weniger sehen hier ist irgendwo eine mine hier ist auch dampf hier ist nichts toll super hat sich gelohnt hier ist auch so scheiß nebel ja ihr seid jetzt ein raum vor dem nebel mein vor dem ausgang ja genau da müssen wir mal gucken was scheiß Ding ist hier ist hier überhaupt nichts oh Gott sei dank endlich hier ist nicht mehr drin ja ich habe keine ahnung gerade verwirrt irgendwie das können wir machen das können wir machen ich nehme meine dust pen mit ja mein dust pen also achso ich wollte ein weiter hochlaufen da liegt irgendwas oh hier liegt viel na oh das war's ok da 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 geht noch was lockt 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 ist ja nur der generatoraum ja oh super wo sie denn hier lang kopf ist nix gewesen ähm da kommt irgendwas das hört sich an wie hippie oder Jippie? Das sind da lang, glaube ich. Wann, das sind jippie? Oh. Na ja, egal. Alles weg? Hast du alles mitgenommen? Ja. Ich kann nicht mal richtig rennen, warum auch immer. Peter, hast du noch was Großes in der Hand? Nein. Wir kommen einem wieder her. Wo bist du denn? Ist da das Ding noch? Ja. Nimmst du das mal mit? Oh. Jetzt kann ich noch weniger rennen. Toll. Ja. Willkommen im Club. Hui. Oh Mann. Ungeheuerlich. Will ich nicht. Arschloch. Wir haben unsere Quote erfüllt. Alle Male. So oder so. Alle Male. Schade, ich habe gedacht, wir haben noch ein Jippie gefunden. Oh. Ja. Jippie. Jippie. Jippie, jippie, jippie. Ah! Yay! Jo! Jo! Ach, sag gut! Ey, dann musst du wieder drücken! Danke! Hab ich schon! Du, 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 du! Verkaufen wir alles? Ne, ich will es ja nicht. Ja, es reicht schon. Ja? Jo! Boah, dann kommen wir die wieder mit reinnehmen. Nur den? Ne, weh, weh! Ach! So! Pro Flash Light 3. 263 Uhr. Konfirm! Konfirm! Erstmal geltig ausgehen. Ohohohoho! Right, right, pass! Right, pass! Scan! Ich will den Sternen nehmen! Ich will den Sternen nehmen! Flash Light! Flash Light! Flash Light! Flash Light! Kann ich wieder wechseln hier! So! Ich will wieder wechseln hier! So! Bis zum nächsten Mal.